. . . . . . Das ist quasi der Getränkewagen. Das ist Ausschankwagen. Mit Anlage, allem drum und dran. Soll ich das ausgedacht oder so? Ich selber ausdenkt, ja. Bierkultur der Zukunft hier. Ja. So, Arzt auf dich. Ich hab mal Gas. Man kann schon morgens früh Bier trinken. Wirklich? Natürlich. Das flüssige Gold. Man kann schon, man muss nicht immer. Also bei so einem Anlass kann man schon mal einen Schluck trinken. Geh, Punkt, komm her. So, Arzt. Ja, komm. Das passt schon. So. Dann muss ich noch fahren. Gut. Prost. 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 Tag. Mal. 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 Karl. Tag. Vielen Dank.